Prima! Prima! prima fuß zu weit vorne komm, steh fuß jetzt sitzt sie gerade nur die linke Hüfte ist offen aber ansonsten sitzt sie schön wow, super gut sehr schön wow gut du musst jetzt aufpassen, dass ihr das gleiche nicht passiert wie mit Kuhrein wow, das ist jetzt besser, oder? ja, sie macht immer die linke Seite auf ja, dann ist es jetzt so ist wahrscheinlich einfach ihr das kannst du aber auf dem Video sehen sehr gut sogar ja, von hinten siehst du es halt ganz krass rechts kann ich kein Bein sehen und links kann ich alles sehen so fuß fuß jetzt wird auch viel ja, super wow, wow, wow super sehr gut sehr gut rein auf Schreie rein